Nachdenkseiten Die kritische Website Weltpolitik für Anfänger Eine Glosse von Jens Berger Als politisch Unbedarfter kommt man in diesen Tagen ganz schön ins Schlingern. In der Ukraine demonstrieren tausende Menschen gegen die Regierung und ernten dafür den Beifall der deutschen Medien und der deutschen Politik. Dabei haben sich sowohl die deutschen Medien als auch die deutsche Politik im letzten Jahr noch gegen die Macht des Pöbels auf der Straße ausgesprochen. Nur, dass es damals nicht um die Ukraine, sondern um Ägypten ging. Zur Erinnerung, im Sommer letzten Jahres putschte eine Militärjunta den demokratisch gewählten ägyptischen Präsidenten Morsi aus dem Amt. Als daraufhin die Anhänger dieses demokratisch gewählten Präsidenten gegen die Junta demonstrierten und dafür niedergemetzelt wurden, waren die deutschen Medien ganz auf der Seite der Junta und fanden es vollkommen in Ordnung, dass der Pöbel von der Straße gefegt wurde. Die Demokratie wurde der Stabilität geopfert, schließlich ging es um größere Zusammenhänge. Heute demonstriert in der Ukraine ein buntes Gemisch, durchzogen von Braun-Tönen gegen eine demokratisch gewählte Regierung und Berlin ist im Einklang mit den Medien auf der Seite der Demonstranten. Wieder einmal geht es nicht um Demokratie. Diesmal geht es auch nicht um Stabilität. Und man kann wohl auch annehmen, dass Deutschlands Meinungsmacher nicht nur deshalb für die Demonstranten sind, weil diese noch von einer der bekanntesten Boxbirnen der Welt angeführt werden. Warum sind nun demonstrierende Ukrainer gut, während demonstrierende Ägypter böse sind? Wer soll da noch durchblicken? Was für politisch Unbedarfte schwer zu durchschauen sein dürfte, ist aber eigentlich ganz einfach. Man darf nur nicht zu kompliziert denken. In Ägypten waren die gestürzte, demokratisch gewählte Regierung samt der Demonstranten, die für die Demokratie ihr Leben ließen, böse, weil es sich um Muslimbrüder handelte. Und Muslimbrüder sind, wie wir ja wissen, unser Feind. Warum? Das spielt keine Rolle, bloß nicht zu kompliziert denken. Die ägyptische Militärkrunda war also der Feind unseres Feindes und gehörte damit zu den Guten, denn wir sind ja die Guten. Die Regierung der Ukraine ist wiederum ein Freund Russlands und die Russen sind, auch das wissen wir, die Bösen und unser Feind. Warum? Das spielt keine Rolle, bloß nicht zu kompliziert denken. Wer also gegen den Freund unseres Feindes auf die Straße geht, ist schlussendlich auch einer von den Guten. So einfach kann Weltpolitik sein. Man darf halt nur nicht zu kompliziert denken.